Wenn aus einem Wohnraum ein Wohntraum wird, dann sind die Spezialisten der Tischlerei Bernecker am Werk. Mit viel Liebe zum Detail, Leidenschaft für das traditionelle Tischlerhandwerk und Kreativität werden Möbel aus Massivholz nach Kundenwunsch geplant und angefertigt. Bei der Auswahl der Qualitätshölzer legt man im Unternehmen großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit. 2020 ging mit Nicole und Peter Bernecker die Geschäftsleitung in die nächste Generation über. Ja Peter, 30 Jahre Tischlerei Bernecker, du bist jetzt seit zwei Jahren da als Geschäftsführer am Ruder. Ich glaube ihr seid ein Betrieb, wo man wirklich sagen kann, ihr seid das perfekte Beispiel, wie eine Firmenübergabe klappen kann, glaube ich. Wir sehen schon ganz genau, dass natürlich so eine Übergabe nur funktionieren kann, wenn alle miteinander in eine Richtung gehen. Angefangen von der Familie bis das ganze Team natürlich. Wir haben das einfach super auftritt bei uns. Mein Bruder ist seit heim Sommer offizieller Werkstattleiter, das heißt er ist für das ganze draußen verantwortlich und auf der anderen Seite sind natürlich meine Jütte noch da. Einfach das ermöglicht mir das, dass ich schön reinwachsen kann in das ganze, beziehungsweise reinwachsen habe schon in den letzten Jahren. Aber dein Papa, der Gönter hat jetzt erst gerade in den 60er gefeiert. Genau. Den hast du nicht in Pension geschickt? Nein, nein, nein. Also wir arbeiten schon gemeinsam. Wir haben natürlich das schon so aufteilt, dass natürlich ich den Neukontakt von Kunden mache natürlich. Ich sage mal, das operative Geschäft haben wir ein bisschen gewechselt. Das geht jetzt einfach über mich. Und das ist glaube ich das Wichtigste, wenn man so einen Betrieb übernimmt. Man kann das nicht irgendwo in einem Buch lernen oder in der Schule. Du musst das durchs Machen lernen und es gibt trotzdem wieder Fragen. Da ist es natürlich beruhigend, wenn man weiß, man hat, wen hinter sich steht. Jetzt weiß man, die Tischlerrei Bernecker, seid sehr weit über Oberösterreichs Grenzen als die Experten für gesundes Schlafen bekannt. Ihr macht aber auch, glaube ich, alles andere, was mit Holz zu tun hat. Ihr habt jetzt den gleichen Slogan gekriegt, echte Tischler, echtes Holz. Also ihr habt wirklich echtes Holz. Genau, es ist bei uns ganz wichtig einfach, weil das, was wir machen, ist echte Tischlerarbeit. Wir verbinden das Ganze nicht mit modernsten Maschinen, haben aber trotzdem Aufträge, die jeder so individuell ist, dass man ein Tischler sein muss einfach oder das Tischlerhandwerk beherrschen muss. Und das fängt auf dem Fahrzeug, über die Küche bis zum Schlafzimmer, machen wir die komplette in eine Richtung. Und am liebsten natürlich immer sich Holz. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für euch, wie ihr euch so kennt, schon jetzt seit vielen Jahren sind euch eine Mitarbeiter, euch ein Team. Ihr seid ja gar nicht so klar mittlerweile. Also wir haben es jetzt in die letzten 30 Jahre zusammengebracht, dass wir im Schnitt jedes Jahr einen Lehrling ausgebildet haben. Also wir haben jetzt circa 30 Lehrlinge ausgebildet. Und eure Lehrlinge, die werden ja immer wieder ausgezeichnet. Ich habe jetzt in den Medien überall Fotos gesehen von euch, einen Lehrling mit dem Landeshauptmann. Was fragt ihr damit auf sich? Genau, das ist der David. Das ist unser neuester XÖ eigentlich in der Runde von unserer Tischler. Der hat alle drei Jahre von der Berufsche mit Auszeichnung abgeschlossen und die XÖ-Prüfung auch mit Auszeichnung. Und ist dann eben vom Landeshauptmann ausgezeichnet worden. Und du legst auch großen Wert auf Nachhaltigkeit, wie ich die so kennen und wie die kennengelernt habe. Da ist ja einiges auch passiert jetzt bei euch in letzter Zeit. Genau. Letztes Jahr haben wir sich eben früher eine BV-Anlage zugelegt. Mit dem, was wir ein guter Drittel von unseren gesamten Stromkosten oder Bedarfen eigentlich abdecken, heutzutage auch mit unseren eigenen Abfällen. Da sind wir sowieso unabhängig. Durch das sind wir seit heuer immer Klimabandelsbetrieb, weil wir einfach viele Maßnahmen gesetzt haben, dass wir nachhaltig arbeiten und die Arbeitsschritte, die wir haben, einfach auch nachhaltig sind. Und heuer habt ihr dann einen riesen Wirtschaftspreis oberösterreichweit, glaube ich, abgeräumt. Genau. Also wir haben in der Kategorie Fahrzeugelehrbetrieb den Traunviertler gewonnen. Einfach wo, ich glaube, weit über 100 Betriebe mitgemacht haben. Und dadurch sind wir mit kleinem Abstand noch eins geworden. In ganz Oberösterreich? In ganz Oberösterreich, ja. Seit zwei Jahren sind wir Nationalparkpartner, was uns einfach sehr wichtig ist, weil wir einfach die Region da sehr schätzen, wo wir unseren Betrieb haben. Und aktuell haben wir auch noch die Auszeichnung bekommen, Top-Handelsbetrieb, was einfach nur sehr wenige Betriebe im Oberösterreich, beziehungsweise Österreich gekriegt haben. Das Wichtigste ist einfach, geht alles in die Richtung echte Tischler, echtes Holz. Das ist uns einfach wichtig und ein Anliegen. Und dann bist du ja nicht nur im Tischler-Handwerk sehr kreativ. Ich habe da jetzt mitgekriegt und gesehen, du bist unter die Buchautoren gegangen. Genau. Schlafgut, neun Wege zu einem besseren und erholsamen Schlaf. Wie ist denn das zustande gekommen, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast? Ja, also ich habe letztes Jahr im Winter gewisse Ziele aufgeschrieben, was ich in den heiligen Jahren erreichen möchte. Mir hat das recht fasziniert, ein Buchautor, wie der an sowas herangeht. Und da habe ich mir gedacht, ja 2022 möchte ich mein eigenes Buch schreiben. Und durch das, dass wir sich natürlich viel mit Schlaf beschäftigen, von Roßkastanemarten angefangen, über unsere Betten und Schlafsysteme, habe ich doch einiges zu erzählen gewusst. Ich habe das einfach einmal im Weihnachtsurlaub sozusagen zusammengeschrieben. Dann ein paar Monate später war es ein fertiges Buch. Die Tischlerei Bernecker verwirklicht in Klaus seit drei Jahrzehnten individuell geplante Wohn- und Schlafräume aus heimischen Hölzern. Den Grundstein zur Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens hat Günther Bernecker vor 30 Jahren als Ein-Mann-Betrieb in einer Garage in Mollen gelegt. Gemeinsam mit seiner Frau Monika wurde der Betrieb stetig erweitert und nun in die Hände der beiden Söhne Peter und Patrick gelegt. Natürlich bin ich sehr stolz auf das, dass wir eigentlich mit dem Peter einen Geschäftsführer haben, der was eigentlich in die gleiche Richtung das weitermachen will. Sehr offensiv ist eigentlich wirklich der Sprüh von Energie. Und auf der einen Seite eben der Patrick, unser jüngerer Sohn, eben in der Werkstatt sich eigentlich wirklich der Folie hängt. Wir haben es halt gut aufgeteilt eigentlich. Der Peter ist ein kaufmännischer Mensch und der Patrick ist halt der richtige Tischlerhandwerker, der was einfach da mit dem Holz verwurzelt ist und das mit Leidenschaft natürlich macht. Auf mehr als 400 Quadratmetern finden sich im großzügigen Ausstellungsraum Wohnideen und Komplettlösungen als Inspirationsquelle für das eigene Zuhause. Natürlich gesund schlafen und wohnen. Individuell geplante Wohn- und Schlaflösungen werden in der hauseigenen Produktion Wirklichkeit. Echte Tischler, echtes Holz. Qualität, die man sehen und spüren kann. Tischlerei und Innenarchitektur Bernecker in Klaus.